Ich habe mit Epic Games telefoniert, okay, und habe mit denen nochmal irgendwie geklärt, dass sie wenigstens einen Late Game Cup dieses Season noch stattfinden lassen, die wollten ja alle entfernen, aber ich habe das geklärt, so, ich habe das gedribbelt, ich war das, okay, ich war das, ich habe das gemacht, ich habe das geklärt, das heißt heute fand ein geheimer Late Game Arena Cup in Fortnite statt, und ich sage es mal so, okay, echt, ich will nicht so viel spoilern, aber, ich war in den Top 100 aus ganz Europa, vor zum Beispiel einem Mongral, und es war einfach ein geisteskrankes Video, also wirklich, was heute wieder passieren wird, ich sage es mal so, ich war, glaube ich, meiner Prime, Gevox Prime is back, von daher, ich rede nicht länger drumherum, jobst sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo, vielleicht klicken wir heute 7 Likes, hoffentlich, wäre cool, und ich würde sagen, wir starten rein ins Video, euch jetzt ganz viel Spaß mit dem geilsten Video, das ihr am heutigen Tag sehen werdet Der war nie backchat Er war nie backchat Let's gooo Bam, so, erste Runde, so, er war nie weg, er war nie weg Es geht, Ws, bam, es geht jetzt, okay, 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 jetzt belieben, okay, Game auf Englisch machen ist der Key, bam, okay, wir fangen an Okay, wir machen erste Runde und einen Saven Einen Savenasen machen wir Nein, die Pump ist so müh Ich sterbe an Zone, weil ich schlecht bin Egal, Bro, da war ne Spaß, Bruder, ich konnte auf gar nichts mich konzentrieren, ich konnte da keine Waffe mitnehmen Aber Aufladbare ist so Müll Ich will keine Aufladbare kriegen, Mann Aufladbare ist so ein großer Müll, das ist unglaublich Hey, Digga Weil ich der Beste bin Weil ich der Beste bin Mach den ruhig, ja Ja Schade, mein Freund Schade, mein Freund Komm Das Ding ist over Nein, das war so schlecht Nein, nein, nein Nein Nein, nein Okay Chillen kurz Das erste Mal Und das spars Ich bin mir ein Du denkst du kannst mein Highground wegnehmen? Den kannst du mir vielleicht wegnehmen, aber mein Dig den kannst du mir nicht wegnehmen Boom, boom, boom. Nächster Win. 2.500 Punkte. Nice. Stimmt, 100%. Bam. Da wird auch mal gepusht. Geht's dir, mein Bruder? Geht's dir gut? Mir geht's auch super. Ab in die Lobby mit dir. Zurück in die Lobby mit dir. Ab mit dir. Die Germanen, die machen meinen Kopf kaputt. Oh mein Gott. Ja, nice. Bruder. Er denkt, er kann mich mit ner Stein... Stoß aus Blade. Dritter Win. Dritter Win. Boom, chat. Boom. GG's in den Chat. GG's in den Chat. Ich bin der Beste. Tree Rock's war nie weg. Tree Rock's war nie weg. Er ist der Beste. Ich bin der Beste. Highground. Heal und dann lasere ich den Typen weg. Kann mal passieren. Es gibt auch Ausnahmerunden. Es gibt auch schlechte Runden. Kann mal passieren. Alles gut. Oh. Boom. Nein. Station Top 100. Digga, ey. Wie kann man denn so? Oh no Jesus Hu ha hee hu hu hee ha hee hu Mann To 1997 Du hast doch eben schon mal 1 shot von mir raus raus rein raus rein raus rein raus rein raus rein raus kann schon mal deine einstellungen zeigen wo die ausrufzeichen settings ich habe ein video geladen da kriegst du den link dann ich habe opa 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 geholt safe war das pro oder so dachte gerne natürlich hast du nur drückt spaß du bananenbieger ich habe nicht einmal den spaß heute bekommen ich steppe immer nur gegen spaß retalk wenn ich da umgehe immer gegen spaß check immer immer nein ich bin raus getappt bei gott sogar hammer ist besser es gab ich weiß nicht was sie mit der ska gemacht haben aber dies gottlos scheiße dies geisteskrank scheiße die werden mir alle abgestoppt alle alle wo hey quick geht da um oh mach den ruhigen ja ich bin ein idiot ich weiß ja ich habe reingestuft weil ich dumm bin das war dumm weil ich da auch ich hätte das ist nicht so gut das ist nicht so gut oh nein oh nein du geh hey badabadoo oh 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 okay duck down oh 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 let's go letzte Runde nochmal den epischen Cup ist vorbei Fertige Juice in den Chat Leute das war der allererste Late Game Cup in dieser Season nach etlichen Verschiebungen endlich in den Solo Late Game Cup 65. Platz zum Warmwerden werden auf jeden Fall noch im Laufe der Season Earnings mitnehmen wenn euch das Video gefallen hat gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen macht's gut bis zum nächsten Video haut rein und ciao